Hallo und herzlich willkommen zurück, oder was heißt zurück, mal wieder hier bei Heroes of the Storm. Ich hab mir mal, ja ja, der Esel moderiert sich wieder zuerst an, ich hab mir mal hier den Lieutenant Morales geschnappt. Mal gucken, ob ich mit dem klarkomme, beziehungsweise mit der, ist ja eine Sie. Ebenfalls dabei ist der Saloman mit Diablo. Moin moin. Arne spielt einen Panzer, beziehungsweise Sergeant Hammer namentlich. Hallo. Und, äh, ja, wen spielt Ute wohl? Ja, bester Reiner im Game. Bester Reiner EU-West, ne? Ah, ich bin gespannt. So, äh, Diablo-Tanks. Nee, sondern ich. Ja, ich denk mal, er meint eher, ob ich, äh, komplett auf Tank gehe. Ach so, ob du Tank-Build machst, ja, das kann doch nicht sein. Wow, ich bin hier gegen Morales und Sylvanas. Ich muss, ja gut, dann komm ich runter. Ich muss echt ein bisschen, äh, ja, ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig sein. Weil, ich hab jetzt die letzten Spiele immer Damage-Dealer. Tod. Alter. Ich hab jetzt die letzten Spiele halt immer Damage-Dealer oder, ähm, wie heißt das? Oder, oder so, ja, Tanks gespielt. Mit denen soll ich jetzt natürlich hier nicht rein rein. Das Problem ist, ich hab gleich keinen Mana mehr, ne? Arne, wo warst du? Das hab ich gebraucht. Ja, aber ich kann ja nicht alleine auf eine Lane, ich kann ja, ich kann mich auch sagen. Mana ist leer, Mana ist leer, Muskel. Ey, gut, dass du das sagst. Geh da noch nicht wieder nach vorne zu weit, du hast noch wenig Leben. Ja, nee, ich geh erstmal kurz hier runter. Aber das bringt hier nichts. Geh mal, spiel mal ordentlich defensiv, spiel mal ordentlich defensiv, Lukas, ich geh, bitte. Das ist ja genau mein Spielstil. Ja, eben. Bin tot. Los. Oh, oh, oh. Der war aber auch nicht die gute Ultima, wie. Der verstärkt. Was, den Medi weg? Alles klar, mach ich. Hä? Ich dachte, ich hätte dich geheilt. Sorry, Salo, ich hab keinen Mana. Alter, verbraucht die Mana. Das ist aber... Alter, Arne, hilf mir. Ja, ich kann grad... Oder so. Ja, danke. Die war gerade frei. Sorry, ich hatte, sorry, ich hatte echt keinen Mana. Sonst hätte ich vorher hochgeheilt. Ich bin so ein geiler Geiler, die wir hier haben. Der ist richtig... Du hast, du hast ne... Genau, die Düsen, wollte ich grad sagen. Wer ist in der Mitte, wollen wir tauschen? Wow, ich hatte grad irgendwie einen kurzen Leck. 20 Sekunden abklingt, zweit. Ja, das stimmt. Will irgendwer tauschen mit mir? Die Lane. Lane Swap? Heißt das ja? Ja, genau. Ich tausche mit dir die Lane. Denk mal drüber nach. Nein. Nicht du. Weg. Ich komm Mitte. Ja. Ähm, Mitte Miss. Ja, Jaina ist hier oben. Oh. War aber auch nicht in der Mitte. Mitte ist back. Ich glaub, die geben... Ne, doch, die geben ab. Doch, doch, die haben grad abgegeben. Komm her. Vorsicht, du bist nicht umsterblich, ne? Was? Ich mich schon. Mit dir an meiner Seite bin ich umsterblich. Ne, weil mein Mana ist schon wieder sehr, sehr low. Machst du denn immer? Na ja, gut, ne? Ich sag mal... Ich hab auch keinen Mana mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich hab's nicht rechtzeitig zum Brunnen geschafft. Ja, ich hatte Dott und hab's nicht rechtzeitig zum Brunnen geschafft. Oh. Mann. Ja, sorry, dass die abgeben. Das ist ja auch irgendwie aber Sinn des Spiels abzugeben, ne? Ja, ja, ne, aber auch. Das, das, äh, weißt du nicht. Unser Raynor rennt da mit zwölf Dingern rum. Statt mal irgendwie was abzugeben. Ja, was soll der machen? Soll er sich jetzt hinten reinstellen, oder was? Nein, aber vorher schon mal abgeben. Gott. Doch nicht, wenn ich hier alleine bin. Oh, okay, Y. Ja. Ähm. Top wird schwierig. Ja, alle top. Ja, Mitte wird er gerade auch ein bisschen reingerannt. So, Morales, mach mal Damage da. Ach ja, ich kann dir auch Damage machen, ich Idiot. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ich bin wirklich die ganze Zeit nur rumgelaufen und hab geheilt. Ich hab noch keinen einzigen Schaden gemacht. Oh Gott, war das doof von mir, ey. Ich bin tot. Wieso bist du auch noch vorne gerannt? Boah, wie blöd von mir. Ja, weil ich Damage gemacht hab. Ja, aber... Oh, danke, dass du das sagst. Ich hab echt komplett nur geheilt. 38. Ey, wie st... Was hast du verloren? Was hatte ich noch? Wie doof von mir, ey. Ich würd gern abgeben. Ja, ich würd auch gern abgeben. Lukas auch. Lass über dir abgeben, Lukas. Ja, komm. Sag mal, da kommt gar kein Damage von unseren Damage-Dialen. Ja, hier sind auch keine Helden. Ja, ich kann alleine nichts machen, Leute. Bin stocksteif. Und wenn jemand kommt, bin ich sofort down. Weil ich mich nicht so schnell bewegen kann. Was bist du? Dann spielst du ihn falsch. Dann spielst du ihn falsch. Die machen Camp. Ooooooh. Oh. Oh, oh. Ja, alles klar. Ich weiß auch nicht, was der sich so anstellt. Ah, Mist. Verkackt. Zardo. Also, zier mal das Camp machen. Ui. Ja. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Hm. Okay. Hilfe. Ja, hast doch Heilung. Alter. Jawohl. Oh, tschüss. Jawohl, jetzt klauen wir auch noch das Camp. Oh Mann, ey. Wer wollte denn hier das Camp machen? Ja, das freu mich auch. Boah, jetzt haben wir Ultis. Aber wir haben immerhin die Dinger. Ja, das bringt uns auch nichts. Wenn wir nicht mitpushen, dann bringt uns das nichts. Ey, die sind, boah, die sind ein Talent vor uns komplett. Also wir haben gerade das siebte ausgewählt und die schon das zehnte. Ja, aber da wir Morales im Team haben, haben wir auch ein Talent weniger. Hä? Hä? Das sind wir verarschen? Best in Arena EU-West oder was? Ja. Guck doch mal auf den EP-Beitrag, mein Lieber. Ja, genau. Weil ich auch so viel EP-Beitrag machen kann als... Boah, wow, die war wieder gut gemacht, die Ulti. Ja, w- Geht aus, Brainer. Ähm... Alter! Ich war so verlangsamt gerade. Boah. Ich bin auch noch weg. Ich bin weg. Boah, ich lebe wieder. 3 zu 50. Ja. Ja, Koko. Ja. Aber auch so ziemlich... Ja, noch... Er hat auch überlebt, immerhin. Alter. Der hat 14 Dinger. Da ist der alleine, der... Ja. Falls dat, so hieß er. Komm, den kriegst du. Ja, genau. Sehr geil, sehr geil. Nein. Mist, jetzt schieß die Citadelle nicht. Oh Gott, ich leb ja schon wieder. Salo. Scheiße. Das war knapp. Raus, raus. Wieso bleibst du im Kreis stehen? Bin weggelaufen. Nee, du bist kurz stehen geblieben. Nein, ich... Als ob ich da stehen bleibe. Oh, der Full Life, ey. Ja, wahrscheinlich hat Morales ihn geheilt. Oh, shit. Oh, ich komm zu dir. Mal gucken. Musst mal was reißen, Arne. Ja. Ich stell mich einfach ein bisschen vor dich und... Ja, genau. ...krieg auf die Fresse und... Tch. Oh nein, steht da direkt drin. Mach mal Schaden, Ute. Hau sie weg. Ja. Oh Gott, falls dann ist auch hier... Mitte, Mitte, Mitte. Oh, diese Ulti von ihm ist... Bin weg. Ja, ich auch. Oh Gott, ich hab... Boah, diese Ulti von ihm ist so mies, wenn er uns dann in die Richtung der anderen Gegner stößt mit diesem Windstoß da. Ei, ei, ei. Kannst du... Kuh, Kuh, Kuh? Nee, Lukas? Nee, drei Sekunden noch. Warte. Oh Gott, Kuh, Kuh, Kuh. Oh. Oh nein. Nein. Oh. Oh. Wir sind einfach Scheiße. Yes, wir haben Ultis. Oh ja. Tür. Oh Gott, der muss noch gedefft werden, ne? Ahne, der followed. Er macht das Camp. Ja, ich glaub auch. Warte. Nee, doch nicht. Aber da steht er noch. Nice. 20... 20 Dinger. Ja, alter, dieses Wegstoßen, ey. Lauf, dass das verschwindet hier, dieses Ding, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt Boss. Die können da sein, ich hab lange keinen gesehen. Die sind hier. Nee, nee, nee. Die sind hier. Fight. Und fight. Bringt sie mal in meine Range, bitte. Okay, warte, ich geh ein Stück. Oh, ein Bock mehr. Boom. Boah. Das verstärkt... Zalo, du bist verstärkt ordentlich. Hm. Freiche, Alter. Ey, mach das doch auf Lukas. Lukas ist auch Damage. Echt mal. Ja. Nee, hast du mal auf den Helmschein geguckt? Hast du mal auf die Gerüste geguckt? Achtung. Hey, Achtung. Fight start hinter uns. Ja, der will uns gleich da rein. Alter. Alter. Boah. Fight start down. Oh, Mann, da kam die nicht gegen heilen, sorry. Ich hab's gesehen. Aber ich leb wieder. Sehr gut. Das ist das Coole an ihm, ne, wenn man ein bisschen kämpft und so. Oh. Oh, oh. Ach, nee. Oh, sorry. Ich hab noch versucht zu heilen, aber du hast so einen harten Damage-Peak auf einmal gekriegt. Ja, sauber. Oh, shit. Oder. Was schon nur meine Range. Ich bin out of mana. Kann nicht heilen. Mana. Mana, mana. Ach, Mann. Oh, wir haben aber level-technisch ein bisschen aufgeholt. Warne, wir haben nur noch eine Band geschrieben, Christoph. Wir haben aber level-technisch etwas aufgeholt. Oh, ich bin's. Tschüss, Arne. Shit. Boah. Der spielt den echt gut. Das muss man einfach mal sagen. Was man nicht alleine zu lernen. Ja, das hat, war das in der Hellen-Liga, Arne, mit dem Fall-Stat? Ja. Irgendwie eins der ersten Spieler. Hat er den auch so gespielt. Das war echt irre, ne? Irre. Ja, total. Ich bin schon wieder tot. Boah, ich spiel aber auch schlecht, ey. Na gut, erstes Spiel mit ihm. Also, mein, ne? Nein, ich muss doch immer nur heilen. Ja, mach ich ja. Solange ich lebe. Ich versuch's zumindest, sagen wir mal so. Hast du dich getarnt, Arne? Ja, ich werd unsichtbar. Im Belagerungsmodus. Solange, bis ich angreife. Gibt's da nichts Sinnvolleres? Nee, lass dich mal ein bisschen weiter rein. Was man skillen kann. Aus weiter Rage. Was? Ja, du kannst auch skillen, dass du im Belagerungsmodus dich bewegen kannst langsam, ne? Ja, das weiß ich. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Wenn du immer am Meckern bist. Oh Gott. Lass mich weg. Nicht rein, Lukas. Äh. Wie kann ich denn das denn abbrechen, die Fähigkeit? Das verstehe ich auch nicht. Also setz dich aufs Pferd. Also einfach so tun. Das klappt, aber eigentlich muss man das auch anders abbrechen können. Ja, einen steht da auch mit Q wieder abbrechen. Ja, mit Q kannst du ein anderes Ziel wählen. Durch Einsetzen von... Ja, Mavi, ich gebe ab. Ja, ich gebe ab, ich gebe ab. Durch Einsetzen einer Fähigkeit wird das abgebrochen, Stand da. Meine ich gelesen zu haben. Hä? Du hast nicht abgeben. Alter, das kann nicht wahr sein. Ich gebe ab. Ja. Die hat... In der Lala letzten Sekunde hat er mich... No, und jetzt haben die abge... Das geht nicht. Ich werde wahnsinnig, ey. Warthack. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wieso ich nicht abgegeben habe. Du bist hier früh weggegangen. Ja, aber warum? Das... Das weiß ich auch nicht. Warum weiß ich auch nicht. Und in Sylvanas zuerst. Oh, wie wir alle einfach nur den härtesten Damage der Welt kriegen. Alter, ich bin so lowlife. Ich bin gleich schon wieder tot. Ja. Und das war's. Ich auch nicht. Alter, das kann nicht sein, wie gut die... Ja, gegen Jaina. Diese Jaina-Ulti ist echt böse. Irgendwie bewege ich immer, wenn ich tot bin, die Kamera weiter in unsere Richtung. Das gefällt mir nicht. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Nicht gut. Jaina, du hast... Ja, aus meiner Rede. Bist geheilt, bist geheilt. Nee, du heilst grad den Tank. Ja, jetzt. Weil er hochgeheilt ist. Ach, da... Botlin müssen wir noch treffen. Botlin müssen, ja. Und alle hin. So, jetzt können wir aber abgeben, ne? Ja, alle hier in den Camp. Ja, alle hier in den Camp. Ja, alle hier in den Camp oder so. Ja. Block, mehr genau, danke. Ich versuch mal, ob ich abgeben kann, ja? Ja, mach mal alleine. Das ist ne gute Idee. Ja, die haben gerade ihr Camp gemacht. Das müsste klappen. Ah, jetzt kann ich mich bewegen. Sehr geil. Junge, geh ich ab. Ja, du kannst immerhin abhauen und schießen gleichzeitig so ein bisschen, ne? Ja, das ist schon ein bisschen schlecht. Oh Gott, so weg. Wir müssen fighten, oder? Nee, ich muss weg. Alter. Oh, weg. Lass mich weg, Arne. Alter! Oh, das läuft aber noch in die falsche Richtung. Die sind so gesplittet. Ja. Ist nicht gut, gar nicht gut. Ute, mach mal Damage. Ja. Kommt. Star. Nee, ich meinte mit, mach mal Damage, weil du jetzt noch hier die Verstärkung kriegst. So. Oh. Oh, und tschüss. Nee, 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 nee. Du überlebst. Ich nicht, aber du. Das ist nicht gut. Alter. Das ist eine Mauer. Ich scale hier übrigens gerade nach einem Guide, also nicht wundern. Das ist ein Allrounder-Bild mit gutem Healing und, äh, verbesserter Crowd-Control. Mal gucken, ob das so viel ist. Vielleicht gehe ich nächstes Mal lieber auf Full-Healing oder sowas. Oh. Ja, eine Möglichkeit. Ja, aber ich, ja. Ich dachte, das wäre vielleicht nicht so schlecht, das zu machen, so ein bisschen, weil das andere ist halt ein, äh, was steht dabei? Starke Single-Target-Heilung. Ich dachte mir dann, als ich das gelesen habe, ich habe nicht genau gelesen, was der Zweite macht, äh, war der erste Gedanke so, na, okay, dann wird der andere wahrscheinlich auch ein bisschen mehr auf Gruppenheilung sein. Na, ich wollte gerade oben reingucken, ob die den machen, aber wenn die alle da oben sind. Ja, wenigstens ihn auch mitgenommen. Ihr fightet ohne mich, Vorsicht. Ich bin noch weg. Ich komme jetzt erst runter. Schön. Morales auch noch? Oh, es klappt ohne hier. Soll ich wieder gehen? Jetzt zeige ich auch noch den Falschen. Der repariert sich. Dieser Taufe, den repariert sich. Der ist Morales. Was? Ja, das können einige skillen, halt, ne? Kann er das auf die Zitadelle machen? Äh, ne. Oder? Ne, auf die Zitadelle nicht. Oh, der, der, Tychus. Warum renne ich denn da rein? Ja, aber an ihn komme ich nicht ran gerade. Ja, ja, ist okay. Ich werfe die Granate zu spät, alter. Komm, einfach weiter. Ne, Boss, Boss, Boss. Jetzt aber, oh ja, jetzt können wir den Boss machen. Das stimmt. I'm on my way. So, geht ihr mal vor. Wir müssen uns aber beeilen, ne? Falls das kann da hinspringen, denkt dran. Und Jaina lebt auch schon wieder. Also jetzt, schnell. Beeil mich. Irgendwer blockt mich, weil er nicht reitet. Alter. Der kommt von unten, einer? Ja. Ja, ja. Er ist down. Komm. Unsere Zitadelle kriegt Damage. Ahne, äh, Lukas, vorsichtig, vorsichtig, ja. Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Und wir haben Pfalz, das hat erwischt. Richtig cool, und. Unsere Zitade, ne, herzlich. Ja, ich geh zurück kurz. Ja, ist aber auch, kriegt schon gerade keinen Schaden mehr. Glaub ich kann es dann jetzt. Dann können wir hier mitgehen. So, keine Ahnung. Hallo. Ja, ja. So. Was denn? Auf, auf, auf den einen Heiler gehen. Mit ein bisschen, ein bisschen Schaden machen. Ich hab, ich hab noch geguckt, welchen Skill ich nehmen muss. Sorry. Und bist nach vorne gerannt dabei. Ja, aber nur so weit, dass es passt. Ich kann jetzt dann. So, und weiter pushen näher. Die Zitadelle machen wir. Drei von denen sind tot. Oh, aber, ne? Ich bin auch oben. 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 Ich kann nicht heilen, ich kann nicht heilen, wirklich. Ich bin oben. Ich bin oben. Komm, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Alter, wie lange du noch stehst, nachdem wir gesagt haben, weg, 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 ich kann nicht heilen. Du bleibst nur eine Minute länger vorne. Sag doch, dass wir weggehen sollen. Herr Engel ist, äh, Dingsgrattung geflogen. Er ist zum Wasser oder so hingesprungen. Kann er, aber da ist nix los am Boss. Der ist neben uns. Uiuiui. Gut. Er haut irgendwie falsch ab. Komm mir entgegen, komm mir entgegen. Oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Mist. Oh, Mist. Warte, ich helfe dir. Ja, komm, weg, weg. Lass uns jetzt nicht so eine überstürzte Aktion, lieber jetzt sauber zusammen. Tykes. Alter, das ist ein blöde Wegstoß-Ding, ne? Ja, bei Tykes haben wir erwischt. Ja. Camp? Dringen wir hin, denke ich. Boah, das ist echt so, wenn man einen heilt, kann man trotzdem noch Schaden machen. Da denke ich immer nicht dran. Das ist echt schlecht von mir. Abgeben haben wir. Haben wir. Super. Camp unten. Müsste weg sein, ne? Ist weg, ist weg. Ist gleich sofort weg. Ah, wenn er schnell... Ah, die machen das. Deshalb ist es da. Oh, geil. Nein. Doch. Er hat's. Oh mein Gott. Sehr gut. Nein. Nein. Es steht keiner drin. Das kann nicht wahr sein, ey. Er hat uns weggekickt, ne? Ja. Oh, Jaina. Nein. Ah, der macht mir mehr Schaden. Ja, was hat er dich? Ich bin eingefroren. Ja. Ich weiß, das war ja noch irgendwo. Ja, ich weiß, aber der kann nicht wegspringen. Na, jetzt war meine Ultime ein bisschen verschwendet gerade, ne? Ja, ich weiß, das war ja noch nicht. Äh, mir kann die nicht machen. Äh, macht Schaden. Äh, kann ich nicht, wirklich. Der läuft weg. War ja wieder, ne? Ja. Mensch. Ach, der schreckt. Kann der mit dieser blöden Heil-Ulti- Heil-Dings-Abhör aufhörner, ey. Der ist gestunt, der ist gestunt. Nein. Mist. Nee, falsch. Ah, egal. Den krieg ich. Mit Vorsicht, nicht zu viel wollen, ne? Fallstart, fallstart über uns. Ist low. Jawohl. GG. Das sieht sehr gut aus. GG, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Krass, hätte ich auch nicht gedacht zwischendrin. Coole Sache haben wir noch nicht gedreht. Gut gedreht. Sehr gut gedreht. Ja, ich muss ja auch drei Spiele gewinnen, ne? Eben. Ja, und ich brauche noch acht Spiele um diesen blöden, äh, nicht blöden, aber diesen, äh, Schloternächte-Event. Brauche ich noch acht Siege. Jetzt noch sieben. Und das erste Spiel mit Morales gemacht und direkt mal auf Stufe drei hochgeballert hier. Ja. Könnt ihr euch kurz die Statistik angucken, wer der Beste ist? Ja, eindeutig am meisten geheilt, würde ich sagen, ne? Ja, jetzt klar. Auch mehr als der feindliche Morales und zwar deutlich mehr. Das möchte ich kurz anmerken. Gut, aber noch viel zu viele Tode. Das geht so nicht. Da muss ich dran arbeiten, aber das werde ich hoffentlich, wenn ich den ein bisschen besser spiele und ein bisschen vorsichtiger bin. Zum Beispiel in der nächsten Folge. Und auch mal Schaden machst. Ja, und auch mal dran denken, Schaden zu machen. Vielleicht ja in der nächsten Folge. Bis dann. Alles Gute und bye-bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.